jetzt sind wir live los geht's wir hoffen es funktioniert schönen guten abend cool dass ihr da seid wie wir sehen können sind es schon ein paar zuschauer innen vielleicht kommen noch ein paar dazu wir veröffentlichen heute unsere cd beim label prosodia grüße an max und ronny falls sie dann zuschauen oder später noch dazu kommen und diese cd stellen wir euch heute vor viel spaß so 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 Jetzt weiß ich mal, wie das ist, wenn der Livestream läuft und man nebenbei sieht, dass ganz viele Smilies kommen, Herzchen, Zwinker, Zwinker und danke für den Hinweis. Ich werde mal eben ganz kurz die Haare ein bisschen reingehen. Also, warm welcome to the English speaking people out there who are watching our Livestream. Thank you for all that feedback already. Maybe give me a little bit of sadness to read. It's so crazy, so in the comments. Thank you. We would like to know where you all are from. So maybe we can leave a little comment for us so that we know where you all come from, from which corners of Germany or Europe. I know that there's somebody from Sweden. Hello. Hello an Prosodia. Hello Max. Genau. Also, lasst uns ein kleines Kommentar da, wo ihr euch gerade findet. Wir switchen jetzt ein bisschen zwischen Deutsch und Englisch. Hälfte, Hälfte. Und ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit dem nächsten Tune, oder? Ja. Wir können es auch so machen, dass du so einer von uns auf Deutsch will, den der andere immer übersetzt. So schön. Tolle Mädchen. Das können wir auch. Na ja, gut. Aber man muss ja auch irgendwie, wo man kommt. Ja. Also, falls ihr euch fragt, wo wir gerade sind. Wir sind natürlich in Leipzig. Im Leipziger Osten. Ich wollte gerade die Straße verraten. Darf man das machen? Das weiß ich nicht. Im Internet. Darf man das Internet sehen? Sei vorsichtig. Die steht so. Die findet man sowieso, wenn man die ist. Ach, die Straße ist. Auf geht's. Auf geht's. Keine. Wow, cool. Oh, upstairs. Interessant. Ah, I'll read that later. Oh, that's so... Yeah. That's tough to not read it. Why playing? Ah, don't donner. Ah, that ecoation. Yeah, man. I love you. Oh, I love you too. R assigned niemand so. But, like yes, usually... Maybe we can mouth and inside into an interrupal educator. Yes, probably. Musik 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 Das war ein Set aus drei Tunes. Der erste und der letzte waren in der Mitte Schottisch. Den hast du mitgebracht, ne? Den Schottischen. Ja. Wir haben dafür dann immer eine, wie sagt man, eine Geheimschrift, wenn wir unsere Setlist schreiben, weil wir das nicht so richtig aussprechen können und buchstabieren können. Ja, wir denken uns halt die Namen einfach irgendwie aus. Ein abstruser Mix, Max, von Fantasietiteln. Wow. Also, von Tanger Münde. Tanger Münde, sehr schöner Ort. Ich war da schon mal. Das ist Max, ne? Das ist Max, da müssen wir mal Max besuchen. Sehr schön, sehr klein. Der hört glaube ich so alt mal, ne? Immer eine Reise wert. Also von Tanger Münde bis über Chile. Buenos, hallo Christopher. Wahnsinn. Ich denke, ich kann nicht Dublin schreiben. Kanada, hallo Victoria. Spanien. Ich wusste gar nicht, dass wir so eine internationale Bekanntschaft haben. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Las Vegas, breathe. Wow. Javi, du hast ein sehr guter Job in posten unseren Konzert. Cheers. Crazy. Freiburg. Werde. Die hype ist sehr ein bisschen zu laut. Wir können wir mit dem texturesen. So, dein CD war in Deutschland. mit Marc Decker, vor dem Lockdown. So, das CD ist eigentlich nicht ein Corona-produkt. Wir recorded das CD vor dem Lockdown. Und es dauert ein paar Jahre, um die CD zu produzieren. Und das war, das war, im Februar. Dann, wir warten, bis zum Sommer, um die Bilder zu machen. Marc Decker machte Bilder von uns. Ich denke, es ist eigentlich cool, dass das Cover ist eine Fotos. Ich kann es jetzt nicht erklären. Es ist eine Fotos, über die ganze CD. Es ist ein bisschen verrückt. Es ist mit einer analog-camera. Das ist deswegen, es sieht ein bisschen pixellig. Ich weiß nicht, ob es in Englisch ist. Aber es ist eine sehr gute Bildung. Und ich denke, es ist ziemlich cool. Gut! Der nächste Tune, mit Barnabas Overtransing. Ja. Warte kurz. Warte kurz. Und vielleicht muss ich nochmal die Früge drücken. Hallo. 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 Hallo! Warte kurz. Hallo! Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Amen. 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 Weil das ja schon etwas länger her ist, dass wir die CD aufgenommen haben und man ja nicht ein ganzes Jahr dann das gleiche spielen kann, dann spielen wir heute nicht nur Sachen von einem CD, sondern auch andere Sachen, die uns zwischendurch über die Wege gelaufen sind. Oh, Javier sagt, das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, und deswegen ich spiele jetzt ein neues Set und Es sind zwei sehr unterschiedliche Stücke, das erste ist ein Stück aus Schottland, was ich irgendwie aus so einer ganz alten CD mal aus der Stadtbibliothek Dortmund zum ersten Mal gehört habe und das wir irgendwie ins Repertoire genommen haben und dann haben wir irgendwie eine Eingebung folgend einfach als zweites Stück ein griechisches Stück genommen, was ich vor zwei Jahren dort bei einem Workshop gelernt habe von Faustu Sirakowski Wahrscheinlich guckt der gerade nicht zu, aber wenn gehen die Credits zu ihm an ihn, weil ich den Titel auch gar nicht mehr kenne. Der, ähm, auf der Setlist steht griechischer Wein heißt das Stück. Ja, und so klingt es auf jeden Fall nicht. Weil man aber nicht mehr weiß, wie es heißt. Mir wurde es auch nie mitgeteilt, wie das alles ist. Es klingt nicht, es klingt nicht wie der Schlager. Okidoki! So geht's. 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 Amen. 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 In Griechenland wäre ich jetzt auch gerne. Aber wir hatten ja eigentlich letzte Woche schon Wetter. Das war fast wie in Griechenland wahrscheinlich. Es waren 20 Grad. Letztens erst noch. Also vorgestern. Gestern. Ja. Ja. So guys in Ireland. Kilkenny. Dublin. And maybe even war. Was 20 degrees yesterday in Leipzig. I don't know if you know weather like that. Weather like that. Without rain. Ja. Was really lovely. People had barbecues in the park over there. Just outside the park they had barbecues. And they were running around in his littles. With their jackets. Crazy. Udo Jürgens hätte sich sehr gefreut, dass sie das Stück nach ihm benannt hat. Ja. Ich habe letztens eine Doku über Udo Jürgens geguckt. Ne, es war gar keine Doku. Es gibt einen Spielfilm über Udo Jürgens. Echt? Ich dachte, es gibt nur das Musical des Kindes. Ne, es gibt einen Spielfilm über Udo Jürgens. Und ich habe es erst gar nicht geschnallt um wen es ging. Ich habe sie die erste halbe Stunde geguckt und ich habe gar nicht geschnallt. Das ist um Udo Jürgens ging. Und dann landen wir irgendwo in einer Jam. Außerdem auch viele Grüße aus Lorch am Rhein. Schöne Grüße zurück nach Lorch am Rhein. Ja, das sind meine Großeltern. Ach, das sind meine Großeltern. Ja. Hallo Opa, hallo Oma. Schön, dass ihr zuschaut. Hallo. Lorch am Rhein liegt am Rhein. Ja. Ja, meine Oma liegt leider gerade im Krankenhaus, aber die guckt uns dann nächste Woche. Die kann uns dann nächste Woche gucken. Die kommt ursprünglich aus dem Erzgebirge und hat dann lange in Bergham gewohnt. Bergham, auch eine ganz tolle Stadt. Ja. Wer noch nie in Bergham war, sollte ungewöhnlich in Bergham gewohnt. So. Weiter geht's. Ich muss mal eben kurz hier meine Töne checken. Weil hier. Immer mal. So. Der nächste Tune. Panamas, der nächste Tune. Wo kommt der her? Magst du das auf Englisch vielleicht, oder? Ja. Okay, so the next piece is a melody selected by an Armenian priest, I think, from around 100 years ago, who collected loads of traditional songs from the area and then I think got, it was a tragic story, like his life, but the melodies are very beautiful and I think the one we are playing now is an Armenian religious song, I think. I have an Indian bamboo flute for that, which is kind of a bit cross-over approach, I suppose. But I think it sounds alright. I won't try to spell the title, I'm not confident enough for that. G-18 G-2 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Oh, sorry. Und, was sagen Sie dazu? Äh, Senf, Ketchup, Mayo, alles dabei. Ihr seid super. Grüße aus Hannover. Von Klaus. Hat Klaus. Danke. Ja, Ketchup mögen wir auch. Oh, Grüße aus Bayern. Wunderbar. Schöne Grüße zurück. Oh, ja. Und da haben wir schon, äh, das erste Gig-Angebot machen wir was. Tatsächlich. In der Altmark, in der wunderschönen Altmark, da bin ich doch so gerne. Max schreibt, spätestens im nächsten Jahr müsst ihr die Altmark auf meiner Bühne besuchen. Yes. Cool, auf jeden Fall. Super gerne. Cool, cool, cool. Yay. Leute schreiben, yay. Wow. Ja, das ist ein neues Set. Wir würden das auch sehr gerne. Es groovt, irgendwie. Es groovt, oder? Ja, es hat Bock gemacht. Es ist mein neues Lieblingsset. Okay, ähm, wir läuten schon mal so ein bisschen so die ruhigen Stunden ein. Freitagabend, ne? Freitagabend. Typisch ruhiger Tag. Typisch ruhiger Tag. Der kleine Sonntag. Ja. Der Freitag ist der kleine Sonntag. Der Sandmann kommt. Der Sandmann kommt. Der ist schon, der Sandmann ist schon eingeschlafen, glaube ich. Ein Stück, was ich geschrieben habe. Zur Abwechslung. Ähm, und es heißt, ähm, Jonas. Und es heißt auf Deutsch, Ruhe. So. Einfach. Ganz einfach. Ganz einfach. Sag es ist, ähm, das war die kleine Sonne. So. So. Äh, was war die Pfeil? Ja, das ist nicht. So. So, was war das denn? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Musik Danke dir. Prost, danke dir. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Musik